Seid gegrüßt meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut, ich hoffe ihr habt den Tag gut überstanden, genießt jetzt den Nachmittag. Wir schauen uns Post Malone an mit Rockstar, so heißt der Track und Feature natürlich 21 Savage. Ich habe über den schon mal gehört, ich habe nie was über den gemacht bis jetzt, es wäre natürlich cool über den was zu machen. Der Track ist mehr so ein bisschen musikalisch, Trap mäßig angehaucht, musikalisch, wer natürlich auf Trap nicht steht, auf jeden Fall abschalten. Wer den Track original anhören möchte, geht in die Beschreibung, nimmt den Link und schaut sich die Mucke einfach mal an, ohne meine verkackte Stimme. Ansonsten werde ich auf jeden Fall öfter stoppen müssen, ich werde auf jeden Fall was dazu sagen, so zwischendurch, um einfach das Video nicht zu viel zu zerschneiden, sodass es unangenehm ist zu schauen. Es ist natürlich auch kacke, wenn man immer stoppt, ich weiß es doch und ich, ihr habt mir so oft schon drüber, also darauf, ihr habt mir oft geschrieben und ich muss gerade, wo ich diese Alalala gemacht habe, muss nicht an Stupido schneidet denken. Und ja, die Sache ist, ich würde einfach stoppen, um einfach das nicht kaputt zu schneiden, du hast ein bisschen was dazu zu sagen, vielleicht, ja, so kennt man das von YouTube, aber egal. Lass uns mal loslegen, noch nie gesehen, noch nie gehört, kennen die Jungs überhaupt nicht, ich bin fresh, ich bin quasi so eine Jungfrau. Rockstar, direkt bei Andy Lehmann. Der sah gerade aus wie S.C.H. Äh? Post Malone. Ah! Der sah so, weil S.C.H. sitzt ja auch immer so gerne. Wie so ein Mafia-Boss, ja? Ähm, ich, was, ich, apropos, ich feier den einfach, ich kann den einfach nur feier, ich liebe diesen Jungen mal. Ich fühl seine Augen küssen. Ähm, und der sah das, ich dachte, das ist für C.H. Der Track ballert gerade mir so in die Fresse. Es ist natürlich Trap, ist klar, ja? Ähm, sehr musikalischer Trap, ist nicht für jedermann. Aber so einfach abzuschalten und zu chillen ist der natürlich geil. Und, ja, mir gibt's einfach so, dass du nichts gerade zu sagen, ja? Und man sieht so ein bisschen im Video, es gibt so diese Ying-Yang-Geschichte, schwarz gegen weiß, so, ja? Äh, sehr gutes, also, das Video ist so gemacht, als würdest du im besoffenen Zustand sein. Ja, und diese, diese Verschwommenheit, sehr geil. Obwohl der Track 83 Mille Aufrufe hat, ich kenn diesen Track gar nicht. Ich kenn's einfach nicht. Ich kenn auch diesen Post Malone auch gar nicht. Alter, aber der Track ballert richtig in die Fresse, muss man schon sagen. Alter, Beat, der Beat. Oh, das hört sich gar nicht nach Autotune an, ne? Das ist, glaub ich, sogar, obwohl doch, da ist, irgendwas ist dazwischen, so ein kleiner Filter, irgendwas ist dazwischen. Aber die Stimme hört sich sehr geil an. Danke nochmal für die Empfehlung, wer das jetzt empfohlen hat. Ich hab's schon vergessen. Sorry, dass ich jetzt deinen Namen nicht weiß. Äh, saugeil. Ich will mal jetzt wissen, ob der Part 2 ballert einfach so geil. Sehr geil gemacht. Unnormal geil. Qualitativ. Wie so ein Samurai-Film gemacht. Und das ist geil, Alter. Ich liebe Samurai-Filme. Das hört sich so ein bisschen nach Lil Wayne mäßig an. So ein bisschen nach Lil Wayne. Ja, es ist geil. Es ist natürlich Trap. Nicht für jedermann. Kann ich auch verstehen. Aber es ist geil. Was ich oft bei den Amerikanern so ein bisschen, ähm, ich sag mal, wenn ich so ab und zu mit Amerikanern rede, ich verstehe ab und zu auch nicht, was die labern. So, so wie ich jetzt zum Beispiel, brah, zu diesem brah, da gibt's zehn Definitionen. Meint der dem brah, bh, brah als brother, also Bruder, ja, gibt's einmal brah als so, so von wegen brah. So, 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 ja. Es ist immer so ein bisschen, aber wenn ich jetzt denke, sag so, bitches, wie so brah, also wahrscheinlich, ähm, ja, Tussis ohne bh. Das Video so, like a blade style, ja. So, so megamäßig blade, wo der so Vampir quasi jagt, aber in dem Fall ist das schon so ein bisschen mehr mit Blut und so, äh, verbunden. Aber er sieht einfach qualitativ sehr, sehr krank aus. Es ist, es ist, wirklich. Und das sage ich nicht so oft. Die Hook geht einfach in die Fresse. Also, die Hook geht einfach in die Fresse. Also, ich weiß, ich werde, ich kann vermuten, ich werde wegen diesem Scheiß in die Fresse gesperrt. Und jetzt auch noch wegen dem Scheiß. Alter, ich hab alles verkackt. Hey, war das nicht diese Schauspielerin, diese Japanerin hier? Die, oder so? Sieht aus wie die von, ah, wie heißt der Film? Ähm, ja. Diese Chinesen, ähm, mit diesem Schwarz-Weiß-Film, wo aber Blut immer rot dargestellt hat. Ah, jetzt komm ich jetzt nicht drauf. Mann, ich komm's nicht drauf. Sin City. Die aus der Sin City. Bitte unten schreiben, bitte. Es gibt einfach dazu nicht viel zu sagen. Ballert voll in die Fresse, wer Trap mag, steht da drauf, ein bisschen Gesang, melodischen Shit, ist hier genau richtig und er wird diesen Shit feiern. Schaut euch das an, geht auf diesem Kanal vorbei, ihr wisst, was ich meine und zieht euch den Kerl einfach rein. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.